Zwei Stunden später, ah, jetzt habe ich es doch gemacht. Aber du hast auch immer die Technik angeliefert und ihr habt es da einfach aufgenommen. Ja, das war auch ganz witzig, das mal zu machen. Und ich fürchte, das wird jetzt noch mal ein bisschen ein Schnittfest. Also ähnlich wie jetzt hier. Deshalb würde ich sagen, ich drücke mal hier auf die Musik und ich sage dir dann, wenn die Musik vorbei ist. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte, ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte, ungenügend. Letzte Doppelstunde Geschichte vor den großen Ferien. In unserem heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast. Ich bin Janni, der Geschichtslehrer mit Schnauzbart kurz vor der Pensionierung. Und wie jede Folge seit Beginn seines Referendariats bei mir, der coole Erdkunde und Geschichtsreferender mit Metal-Shirt und Kinnbart. Dürfen wir dich duzen? Abel Xavier Unsinn. Hallo. Hallo, Janni. Sehr schön, hier zu sein. Heute keine Lehrprobe, ne? Nee, heute... Nee, ganz entspannt und zurücklehnen. Genau. Sollen die Kinder mal alles machen heute. Genau. Und was machen wir heute? Können wir nicht einen Film gucken? Ist ja letzte Stunde. Nee, können wir nicht. Und ich sage euch später wieso. Was machen wir hier? Das erzähle ich euch erstmal. Laut Standardlehrplan erzähle ich Abel und euch in jeder Folge eine bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte. Oftmals über Kampfsport, Autos oder Anarchisten. Aber eigentlich über alles Mögliche, was mir so unterkommt oder was mir Leute vorschlagen. Und Abel weiß jede Woche oder jede Folge nicht, was ihn erwartet. Und ab und zu, damit er es nicht so leicht hat, streue ich nochmal so eine leichte falsche Fährte. So ein Thema, das nichts oder nur sehr peripher damit zu tun hat. Und zum Ende sprechen wir immer nochmal darüber, wie sich das Thema in der Popkultur so niedergeschlagen hat. Und diese Folge, hört ihr gerade, nehmen wir in... Warum ist denn da die Tür offen? Können wir die Tür nochmal zumachen, bitte? Und diese... Diese Folge nehmen wir jetzt nämlich nicht mit meiner Küche auf und nicht irgendwie hier schön im Studio. Deshalb haben wir ab und zu mal hier Kindergrenne und Kindergeschrei heute. Das ist total schön, um hier mal rein zu grätschen. Denn es ist ja quasi wie in unseren Anfangstagen zu seligen Corona-Zeiten. Ich vermisse das ja so sehr. Ja, also jetzt sitze ich hier wieder in der Küche. Sehr schön, kriege nachher tolles Essen kredenzt. Habe jetzt schon einen leckeren Kaffee vor mir. Und freue mich jetzt mal, Janni persönlich sehen zu können und nicht immer durch die Bildschirme. Und wir gucken mal, was hier live geht und wie sich das technisch auswirkt. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund. Das ist doch schön lebendig. Ach, ich lasse mich mal von sowas leicht aus der Ruhe bringen. Any who's will be. Ja, genau, wir sprechen über die popkulturelle Verarbeitung des Ganzen immer noch mal am Schluss. Und die haben wir in unseren Playlists auf YouTube und Spotify. Findet ihr in den Shownotes. Und ja, wenn ihr auch ein Thema habt, das ihr uns vorschlagen wollt oder sonst irgendwie Lob, Kritik, dann könnt ihr das bei Social Media loswerden. Ich weiß nicht, mittlerweile, wir haben ja den Verfall, den zunehmenden Verfall von Twitter jetzt einfach hier. Wenn ihr die Folgen chronologisch durchhört, irgendwann sagen wir das nicht mehr. Ich wollte sagen, also wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das ganz klassisch tun an geschichteungenugend.gmail.com Und unter gleichem Namen, ohne das Add und das Gmail, könnt ihr uns auch beim Instagram erreichen. Sehen könnt ihr uns, glaube ich, kaum, aber erreichen zumindest. Und ihr könnt uns beim Twitter auch unter ungenugend Nachrichten schreiben, aber nicht mehr als 400 am Tag. So ähnlich habe ich das auch verstanden. Ja, wenn ihr das jetzt hier, ach krass, die Leute hören das an, wir in fünf Jahren, guck mal, Twitter, da gab es noch Twitter. Ja, genau, habe ich ja schon gesagt, heute letzte Folge vor der Sommerpause. Klausuren sind geschrieben, Zeugniskonferenz ist rum. Wir können aber keinen Film gucken, weil ich habe nämlich geguckt. Und das ist nie so richtig verfilmt worden. Und am Ende dieser, ich nehme mal an zwei Folgen, wirst du dich fragen, warum ist das eigentlich noch nicht verfilmt worden? Am Anfang gebührt großer Dank nochmal an unseren Hörer U aus B, den ihr ja schon auch mal live gehört habt, den ihr schon mal gehört habt hier, und dessen Sohn, der dieses Thema nämlich am Start hatte und U aus B davon erzählt hatte. Ach. Ja, das heißt, deshalb habe ich auch irgendwie dieses schulische Thema, zieht sich auch heute nämlich so ein bisschen durch. Du hast, du ein Latinum? Ich habe, wie auch immer, also ich weiß wie, aber ich habe tatsächlich, ich glaube sogar offiziell ein großes Latinum. Okay, ich habe auch eins, und ich weiß, wie ich es bekommen habe, nämlich mit einem selbst verbrochenen Referat über Sklaverei in Rom, um nochmal an der mündlichen Note noch was zu schrauben. Die Klausuren selber waren eine mittlere Katastrophe. Das möchte ich auch mal kurz hier niederlegen, dass ich nämlich in der 13. Klasse tatsächlich zu zweit in meinem Lateinkurs saß, weil wir so wenig Lateiner waren, dass wir immer mit den Älteren zusammensaßen und dann in der 13. Klasse alleine waren, zu zweit mit dem altphilologischen Schulleiter. Und mein Kollege konnte übersetzen und ich konnte interpretieren und so habe ich immer bei den Übersetzungen meine 4 geschrieben und die Interpretationen eine 1 gehabt und so hatte ich locker 10 Punkte nachher im Abi. Super, dann kannst du heute auch nämlich ein bisschen interpretieren. Ja, aber nicht übersetzen. Ja, und ihr, ich versuche, ich muss ein bisschen heute ein bisschen strukturieren, weil wir viele Personen haben, ich versuche das für euch so easy wie möglich zu machen, dass ihr einfach, wenn ihr im Urlaub seid, gerade die Mittelmeeratmosphäre oder die Harzatmosphäre über die sonnengebräunte, samtweiche, die Harzatmosphäre? Ja, in Harz, wenn man in den Harz fährt, nach Riedrode oder so. Das tut man im Sommer? Ja. Ah, okay. Leute wandern doch. Ja, gut. Meine Fing, Harz ist super, sagen wir mal hin, ist schön. Harz ist, ja, ist schön. Zumindest Ostharz, Westharz gibt es nicht mehr. Das sind, glaube ich, keine Bäume mehr. Das ist aber doch, das ist so ähnlich wie im, ist das im Bayerischen Wald, wo die das gerade einfach halt gammeln lassen, damit sich halt irgendwie diese, nach dem Zweiten Weltkrieg importierten Bäume, dass die dann alle sterben und sozusagen wieder was Heimliches nachwächst. Richtig so. Ja, alles klar. So, dann mach dich mal locker, denn jetzt reden wir über Yogurta. Ah. Schon mal gehört? Nee, ist das irgendwie. Fermentiert es da schon beim Namen. Ich wollte gerade sagen, ist das so ein, das ist bestimmt so ein Manga über gesunde Ernährung. Nee, kann man aber bestimmt auch daraus machen. Wir machen nämlich zuerst mal, bevor wir über Yogurta sprechen, machen wir ein bisschen Kontext, woher wir über Yogurta wissen. Und dann sprechen wir auch drüber, wann der Vater stirbt und wann er sich aus dem Staub macht. Die Geschichte von Yogurta führt uns ins zweite Jahrhundert vor christlicher Zeitrechnung. Sehr gut. Wir sind mal wieder in der Antike. Deshalb habe ich auch über Latein gelabert und so weiter. Und wie so oft, wenn wir über antike Geschichte sprechen, gibt es da nicht so viele Quellen oder nicht so viele schriftliche Quellen. Wir haben was Archäologisches. Und die Quellen, die wir haben, von den Historikern, ich benutze das also ähnlich, wie ich von mir selber als Historiker sprechen würde, spreche ich auch von den Leuten als Historiker. Da gibt es immer einen. Und heute stützen wir uns auf Salust. Ja, den gibt es. Gut, ja. Dann haben wir das schon mal etabliert. Kennst du sonst weiteres von Salust? Ja, den Namen, aber nee. Nee, aber musstest du den nicht in Latein lesen? Bestimmt mal, aber das habe ich ja alles wieder vergessen. Und außer Cicero kenne ich dann doch nichts mehr. Okay, wir hatten viel von Gallius Julius über seinen Krieg in Gallien. So etwas Ähnliches haben wir heute. Gallia ist zerteilt in Partes und so weiter. Lass die Leute nicht verwirren. Wir sind heute ein bisschen früher. Also, Gaius Salustius Crispus, Erfinder der Kartoffelchips und der historischen Monografie, lebt im ersten vorchristlichen Jahrhundert und ist ein Zeitgenosse und Parteigänger von Gaius Julius, später dann Cäsar. Okay. An politischen Ämtern war Salust erst Questor und ja, ich glaube, für unser Leihenschauspiel hier reicht es wahrscheinlich, was wir sagen, das ist so eine Art Amt in der Finanzverwaltung, Sachbearbeiter, irgendwann an Volkstribunen, kannst du vielleicht später noch was zu sagen. Als alter Volkstribun hier des Podcasts, der immer die Meinung des Volkes hier an dich herantragen muss. Und dann war er noch Prätor einer afrikanischen Provinz, wo er sich wohl angeblich ordentlich die Taschen voll gemacht hat. Und dann geht er nach der Ermordung von Gaius Julius in den Vorruhestand auf einem hübschen Anwesen in Rom und widmet sich seiner Leidenschaft der Geschichtsschreibung. Achso, ich dachte, der Weinzucht. Aber meinetwegen. Naja, der Wein hat er getrunken, glaube ich. Und von ihm überliefert sind zwei Werke, von denen ich den Namen des einen Werks hier auch einfach nicht aufgeschrieben habe. Die Kathi Lilianen, die Verschwörung. Und das andere, über das andere sprechen wir nämlich, über De Bello Iugurtino. Ah, okay. Jetzt haben wir es schon verraten, es geht um ein Bello. Der Milchkrieg. Was? Der Milchkrieg. Ja. Und ich sage jetzt nicht so richtig viel über die antike Geschichtsschreibung, aber so ein kleines bisschen bei dieser Art, ist das Literarische und das Erzieherische und auch der politische Wille steht da im Vordergrund. Was ja nur in der antiken Geschichtsschreibung so ist und nicht in der modernen. Da ist der politische Wille in der Geschichtsschreibung ja nie mit drin. Das ist ja immer ganz objektiv. Wir haben ja, das steht so ein bisschen, also es gibt ja auch so die Chroniken, wo aufgeschrieben wird, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Und ja, und das macht Salust eher nicht. Bei ihm ist es eher so, ja, don't let the facts get in the way of a good story. Ja. Und er bezieht diese Geschichte und was er da auch will, auch sehr viel auf seine Zeit. Mhm. Also er erzählt eine Geschichte, die vor 100 Jahren passiert ist oder so vor 80, 90 Jahren. Ein paar von den Personen ziehen sich auch noch so durch. Und ja, wie so oft, wenn sich so reiche, alte Dudes dann hinsetzen, lässt sich deren Output ja oft auf einen Nenner bringen. Ja, das ist alles dabei gelandet, wie es jetzt ist und ich hätte es alles besser gemacht. Genau. Und früher war alles besser. Ach, früher war alles besser. Ja, klar. Da waren die Männer noch Männer und die Frauen noch Frauen und so weiter und so fort. Ja. Und Rom war noch groß. Zitat Salust aus der Einleitung. Gibt es bei den heutigen Sitten jemanden, der sich nicht in Reichtum und Kosten, sondern in Rechtschaffenheit und Fleiß mit seinen Ahnen misst. Auch die Hominis Novi, sprechen wir gleich nochmal drüber, über die Hominis Novi, die früher gewöhnlich den Adel durch Tatkraft übertrafen, streben verstohlen und eher durch Räuberei als durch edle Tugenden nach Befehlshaberstellen und Ehrenämtern. Gerade so, als ob die Prätur und das Konsulat und alle anderen Ämter dieser Art schon an sich berühmt und großartig wären und nicht vielmehr so gelten würden, wie die Tatkraft derjenigen ist, die diese innehaben. Ja. Guter Mann. Ja. Hominis Novi, neue Männer braucht das Land von Ina Deta in die Playlist. Oh ja. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe den Namen nicht mehr drauf, was das genau ist, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das eben gerade nicht die Adeligen sind, die aufgrund von Adeligkeit ihre politischen Rollen haben, sondern Leute, die sich halt aufgrund ihrer Leistungen irgendwie für, also Bürger halt, die sich aufgrund ihrer Leistungen in politische Ämter wählen lassen können. Und da sind wir beim Kernkonflikt der römischen, der mittleren bis späten römischen Republik. Wir haben alten Adel und wir haben neue Leute, aber bei laut Salust alles Filz. Klar. Ja, mal kenne uns, mal helfe uns. Römische Klüngel. Entschuldigung, schon wieder das Rheinische hier. Genau, alle gierig und korrupt und über Gier und Korruption reden wir jetzt im Weiteren, wenn wir uns mit dem Gegenstand dieses Buchs befassen. Aber nochmal kurz zu ihm selber. Also er hat sich quasi, nachdem Cäsar da den, du mein, so einen Brutusweg gegangen ist, ist der aber nicht mit in den Abgrund gezogen worden, sondern hat einfach gesagt, okay, ich bin raus, ich mache mein Privatding und meckere das so ein bisschen von meinem Landsitz aus. Ja, genau. Seht ihr da den Hügel, das große Haus? Ja, bloß weil es ja in der Zeit schon relativ üblich war, dass dann auch die Anhänger sich ins Schwert stürzen mussten. Man kennt das ja alles aus der von uns schon mehrmals sehr empfohlenen Serie Rom, die ja zumindest ein paar historisch korrekte Geschichten, ach, das kommt noch gleich, hier wird gewedelt. Wir werden hier ausführlich über Rom sprechen. Also der auf jeden Fall kommt da sauber raus, was zumindest sein, erst mal kommt er da sauber raus, was sein Leben angeht. Ja, total. Ah, okay. Er ist auch nicht so krass involviert, er ist da schon so ein bisschen, er ist da schon so ein bisschen raus. Seine Hauptzeiten waren ein bisschen vor, dann vor Gaius Julius. Gibt es da ein Geburtsdatum oder werfe ich damit unter den Bus? Ja, so, du, du, Matsch. 100 irgendwas? Okay. Aber kommen wir zu Jugurtha. Ja. Dessen Geburtsdatum eigentlich nicht, aber sein Geburtsjahr, nämlich das Jahr 160 vor unserer Zeit. Ist also ein Mensch schon mal. Er ist ein Mensch, er ist männlich und er kommt in Numidien zur Welt. Nordafrika? Nordafrika. Hier, guck mal hier, kannst du doch richtig was für die mündliche Note tun heute. Ursprünglich umfasste das Gebiet, was heute Algerien ist und noch dann irgendwann zwischendurch auch Teile Libyens und Tunesiens und zu dieser Zeit ist Numidien ziemlich reich, ziemlich fruchtbar und ein Königreich unter König Mikipsa oder Mizipsa. Ich sag mal Mikipsa weiter und seit den punischen Kriegen, die waren vorher, das war der Krieg zwischen Rom und Kartago, das kennen vielleicht noch viele und dann kennen viele wieder, wenn es dann mit Julius Cäsar losgeht und was wir dazwischen haben, weißt du da ein bisschen was drüber? Ja, also das, was so das Schulwissen ist, was ich auch noch drauf habe, sind natürlich erstmal hier Elefanten und so ein Zeug, das ist der punische Krieg und das ist dann, ja, wer ist das, wer ist denn das? Es ist aber, das ist Kato der, das ist Kato der ältere, weiß ich nicht, Keturum, Kenzio und so weiter, dass der gesagt hat, also hier niemals wieder groß werden lassen, den Haufen, die sind böse, also Boden gleich machen, Kartago de Lendam bitte. Genau, Kartago war geschliffen worden, bis auf die Grundmauer, der Boden versalzen, alles kaputt, alle Elefanten geklaut und jetzt sucht sich Rom halt was Neues. Aber die waren eigenständig, also zu der Zeit, weil ich hätte es gedacht, das war dann schon irgendwie unter römischer Verwaltung oder? Numidien war ein eigenes Königreich, aber man war mit Rom verbandelt. Man hatte Wirtschaftsbeziehungen, weil Rom brauchte was zu fratzen aus der Gegend und die Numidier haben sich auch an römischen Militärexpeditionen zum Beispiel beteiligt. Aber es war jetzt keine, keine Kolonie unter römischer Verwaltung. Da gab es diesen König Mikipsa und König Mikipsa hat keinen Thronfolger und weil er eben keinen Thronfolger hat, dann zieht er sich seinen Neffen Jogurta heran. Denn Jogurta ist der Sohn eines, also seines Bruders Mastanabal und einer Prostituierten und Salust nimmt ihn in seinen Haushalt und er zieht ihn dann wie einen Sohn. Er wird ihn später noch adoptieren. Nicht Salust. Nee, nicht Salust. Entschuldigung, Mikipsa. Entschuldigung, Mikipsa. Das App geht schon los. So, also. Mikipsa, König, Vater, nimmt seinen Neffen in Obhut, das ist Jogurta. Und Jogurta ist ein guter Typ. Jogurta ist groß, stark, schnell, bescheiden, alles. Also Salust lobt ihn da echt über den grünen Klee. Der ist moralisch und intelligent und ehrgeizig. Und die Herkunft von einer Prostituierten, die stört Salust dann auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie der dazu steht. Das ist jetzt erstmal ein bisschen egal. Das ist sympathisch. Und dann klappt es aber doch mit Mikipsas leiblichem Nachwuchs. Und Jogurta bekommt zwei, ja, Adoptivbrüder und Cousins, nämlich Hjemsal und Adherbal. So, Mikipsa hat jetzt also zwei leibliche Jungs in der Thronfolge. Die rutschen jetzt vor Jogurta in seinem super Adoptivsohn. Und Jogurta ist halt schon ein bisschen älter und halt krass beliebt. Ah, der junge Prinz, also die nehmen den, der ist beliebt. Ja, der hat seine Leute, seine Fälle. Und die hat wahrscheinlich auch schon ein bisschen gegroomt für die Nachfolge und hat auch Bock drauf wahrscheinlich. Ja, er hat Bock, aber irgendwie jetzt passt es. Aber Mikipsa nicht mehr so gut. Und wie kriegt man, was macht man denn da jetzt mit dem? Ach so. Also, naja, also es ist ja durchaus üblich gewesen, Thronfolge, Kämpfe durch Ermordungen hinzulegen. Vielleicht hat er ihn aber einfach auch nur, weil ihm das zu krass erschien, einfach verbannt. Ja. Oder ein Königreich woanders, also irgendeine Kolonie gegeben. Viel dümmer. Okay. Er hat eine Idee, also zumindest laut. Wir müssen immer dazu sagen, zumindest laut Salust. Gibt es da auch keine anderen, gibt es da andere Quellen drüber? Oder weiß man das nicht? Es gibt so ein Drumherum, aber über, also Salust, hat er selber auch nur dann auch auf Quellen und so weiter. Und es gibt auch die Erinnerungen von dem einen oder anderen, die sind aber verschollen, sodass wir sozusagen das meiste über Salust haben. Und dann aber eben so Parallelquellen wie irgendwie Senatsprotokolle und Erinnerungen anderer Leute. Irgendwann später kommt dann nochmal Plutarch dazu. Oder wie mein damaliger Geschichtslehrer, Geschichtslehrer sagte Plutarch. Ja. Super Adoptivsohn. Jugurta wurde nämlich entsandt als Teil eines numidischen Heereskontingents als Offizier nach Hispania. Da hat Scipio Emilianus, den müsst ihr euch nicht massiv aufschreiben, aber kurz im Hintergrund, der war einer derjenigen, der im letzten Punischen Krieg da noch mit die Mauern abgerissen hatte. Okay. Weißt du das so, wann hat der dritte, dritte ist der letzte, glaube ich, dritte Punische Krieg, wann war der dann vorbei? Das reichen wir nächste Folge nach. Alles klar. Aber irgendwo dann so. Und Scipio Emilianus hat es da zu tun mit so, ja, das sind so spanische Kelten, keltische Spanier. Jedenfalls führt er da so eine Art, ja, auch so eine Art, ja, Gerillakrieg ist immer schwierig, wenn man so moderne Begriffe da drauf denkt. Aber das sind halt so die Ortsansässigen und die sollen da befriedet werden. Ach so, aber das ist eine römische Provinz und die haben gesagt, nach Numidien schickt uns mal ein paar Helfers hier. Genau, und dann kam Jugurta eben als Offizier dahin und er lernt da halt andere Offiziere und Adelige kennen. Und nochmal letzte Timeline abzuschließen, wir befinden uns jetzt ungefähr in welchem Jahr? Exzellente Frage. Wir sind jetzt in den 130ern. Ah, weil dritter Punische Krieg ist nämlich 146, also es ist zu Ende, also nicht so lange her. Ja, Scipio Emilianus, glaube ich dann, es hieß doch noch Afrikanus oder so, weil er da gewonnen hatte. Der befehligt das Ganze und er lernt aber, Jugurta lernt da auch ein paar andere kennen. Zum Beispiel auch Gaius Marius. Und den merkt ihr euch bitte. Okay. Alles klar, Herr Lehrer. Denn laut Salust sagt entweder Marius oder Scipio, habe ich jetzt nicht mehr genau, sagt Jugurta irgendwann, pass mal auf, was du über Rom wissen musst und über den Senat in Rom. Das ist alles ganz, ganz finster und komplett korrupt. Auf einer wie der andere. So ein halb abgewandeltes Zitat. Ich glaube, ich habe die englische Übersetzung, die englische Salust-Übersetzung dargenommen. Rom ist eine Stadt, die zum Verkauf steht, wenn sich nur ein Käufer findet. Ja. Okay. Das nennt man übrigens Foreshadowing, was ich hier gerade mache. Ja. Dementsprechend, aber Jugurta kriegt halt jetzt hier die Connections und er freundet sich mit anderen Adligen an. Die aber Militärs da sind. Die sind Adlige und Militärs. Das ist nahezu das Gleiche. Zu der Zeit in der Römischen Republik brauchtest du ja auch ein gewisses Mindesteinkommen und Mindestland, um überhaupt am Militär teilzunehmen. Da gehe ich nochmal ganz ausführlich drauf ein, wenn wir über Marius sprechen. Ach so. Ja. Da nehme ich mir die Freiheit. Oh Gott. Schreibe ich jetzt nicht auf. Nee, nee. Das haben wir ja auch schon seit der zweiten Folge in der Playlist. So, genau. Also. Das römische Heer besteht sozusagen aus Leuten, die sich das erlauben können, weil nur die kämpfen dann sozusagen auch für die Republik, wohingegen so irgendwelche Söldner oder so, die kämpfen halt für irgendwelche Kohle oder nur ihren Feldherrn. Und wenn der Feldherr plötzlich zu viel Support hat, dann wird der vielleicht der Republik gefährlich. Reden wir später nochmal drüber. Okay, dann lassen wir das später nochmal, weil meine Frage ist auf, aber der normale Soldat ist der normale Soldat, der seine Karriere da macht, wie man das so kennt, oder? Der braucht, aber zu der Zeit musstest du dich da aber erst mal einkaufen. Du brauchst eine gewisse Kohle. Das sind schon Bürger der Republik, die davon kämpfen. Und dann hast du da aber zehn Jahre gedient oder wie lange das ging, 20 und dann konntest du hinterher dein Land kriegen. Die ganzen Geschichten gab es da schon oder kam das erst später? Das kommt alles später. Alles klar. Vielleicht haben diejenigen, die mal in der Unterstufe mal römische Geschichte hatten, mal was von Marius und seinen Heeresreformen. Der ist das. Hier will ich nicht. Das ist der Marius. Gut, Klammer zu. Ja, Klammer zu. Wie gesagt, machen wir, wenn es dann soweit ist. Jetzt erst mal freundet er sich halt mit dem vielen, mit diesem alten Adel da an, die da halt alle Offiziere sind in Hispanien. Und warum hat Mikipser seinen Adoptivstunde hingeschickt? Ja, vielleicht kriegt er ja irgendwie mal ein Speer zwischen die Rippen oder so, dass mal irgend so ein Hispanier oder so ein Kelte ihm mal einen Stein an den Kopf wirft. Irgendwie, dass man den halt loswerden könnte. Ja, im Gegenteil. Mikipser hat weniger Glück und bekommt einen Brief aus Hispanien von Scipio Emilianus. Wie geil da sein Nachfolger ist und dass der echt ein super Typ ist und sich glücklich schätzen kann, dass sein Reich demnächst von ihm geherrscht wird. 1A mit Sternchen. Bester Mann. Das ist ja richtig toll. Und Mikipser denkt sich, ja, Gnaz, that's not gone well. Aber da sind wir im Jahr 133, 34 vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, er wird den nicht los. Jugurta ist nach wie vor einer force to be reckoned with und den mag man in Numidien. Und wir machen jetzt mal einen Sprung ins Jahr 118. Mikipser stirbt. Und seine Söhne sind dann offensichtlich dann auch schon um die 18 oder sowas. Seine leiblichen Söhne, von denen habe ich jetzt nicht, leider von Ad Herbal und von Hiemsal, habe ich jetzt leider die Geburtsdaten nicht drin, aber die sind einen Tacken jünger als Jugurta. Und ja, es wäre irgendwie auch gang und gäbe gewesen und eine Möglichkeit zu sagen, ja, dann nehmen wir jetzt Numidien. Wir haben hier drei Söhne. Wir teilen das in drei Teile. Aber das gefährdet das Ganze. Zumal auch so Rohstoffe und guter Boden und so. Das ist nicht so richtig gleich verteilt. Im Süden, da kommt halt relativ zügig die Sahara. Die gab es damals auch schon. Und dementsprechend, er überlegt sich da halt so ein Konstrukt. Ja, und dann werden alle drei irgendwie König. Viel Spaß. Ja, genau. Und so eine Art Gewaltenteilung. Der eine macht dann mehr so das Militärische, der andere mehr so das Ökonomische. Und das klingt ja jetzt schon nach einer Quatschidee, die es auch ist. Und es geht dann relativ zügig, dass, naja, Jugurta ist ja ehrgeizig. Hatten wir ja schon etabliert. Und wo relativ zügig nach dem ersten Meeting dieses königlichen Dreigestirns lässt Jugurta seinen Adoptivbruder Hjempsal hinterrücks ermorden und enthaupten. Ja, Adherbal kommt daraufhin nicht mehr zum nächsten Meeting mit Jugurta. Aus Gründen. Sondern es kommt zum offenen Konflikt zwischen den beiden. Und es kommt dann auch erstmal zu einer großen Schlacht. Das heißt, die haben aber alle ihre Hausmächte und ihre Soldaten und Militärabschnitte, die offensichtlich irgendwie hinter ihnen stehen. Genau. Und du hast da halt so ein paar Elite-Wachen und so weiter. Aber viele sind halt einfach auch so Conscripts aus den Dörfern und so. Hier, Speer, da ist die Spitze nach vorne. Bitte in die Richtung. Pointing with the sticky end. Yes. Nee, sticking with the pointy end. Nee, wie heißt das nochmal? Sticking with the pointy end. Mündung nach vorn. Nee, was die, aber warte, ich will das gar nicht so in Abrede stellen. Das ist durchaus, sind das auch trainierte Soldaten. Ja. Und die haben ja zum Beispiel auch viel Reiterei und auch Elefanten. Mhm. Und Art Herbal hat das zahlenmäßig überlegenere her und irgendwie auch so Rom auf seiner Seite, weil das ist ja irgendwie der leibliche Sohn. Ja, das müsste doch eigentlich sein. Und die Verwaltung sagt, nee, wenn das hier steht, dass das der Offizielle ist, dann halten wir uns mal daran. Ja. Jedoch, ich hatte ja darüber gesprochen, Jogurta hat gute Kontakte gepflegt und die hat er auch weiter gepflegt und die hat er mit Geld und Gold und diesem oder jenem gepflegt, sodass er auch durchaus in Rom Freunde hat. Und er ist auch der überlegene Feldherr. Er ist der bessere Stratege von den beiden. Jetzt bei Art Herbal und Jogurta. Und jetzt habe ich den Namen hier nicht, aber es gibt eine römische Vermittlung bei diesem ersten Konflikt und die Römer schicken ihren besten Mann und es kommt dann zu einer Teilung Numidians und Jogurta bekommt den Westen und Art Herbal den Osten und bei Salust wird es so dargestellt, als hätte er halt durch eben Bestechung hätte Jogurta es geschafft, den fruchtbareren, den besseren Teil zu kriegen. Andere Quellen bestreiten das so ein bisschen. Was aber definitiv klar ist, ist, dass dort römische Beamte massiv bestochen wurden und damit zugunsten des einen oder anderen eingegriffen werden. Also jeder hatte halt so seine Leute da in der Tasche, seine Kumpels. Und die Römer hatten aber jetzt auch nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen, was da so in diesem Königreich am anderen Ende des Mittelmeers passiert, weil die hatten gerade, da müssen wir schnell drüber hinweg zu tun, mit den Kimbern und Teutonen im Norden des Reichs. Kennt man nur vom Spruch, also ich kenne die nur von dem Spruch. Welcher Spruch? Das sagt man nicht wie die Kimber und Teutonen, gibt das nicht irgendwie sowas wie, was ist mit Kimbern und Teutonen? Okay. Egal. Die Teutschen auf jeden Fall. Ja, Teutsche vor allem, ja, nee, darüber reden wir jetzt heute mal nicht, wer da jetzt irgendwie Deutscher ist. Spoiler, keiner. So, lassen wir aus, ist auch egal. So, und 112 vor unserer Zeit wird der kalte Krieg zwischen Jogurta und Adherbal wieder ein heißer Krieg und Rom ist involviert. Jogurta wähnt den römischen Senat in seinem Sack, in seiner Tasche und greift Adherbal an. Und wen das, wen das interessiert, wer sich gerne so diese kleinen, so kleine Pöbel und Einheiten, die über eine animierte Karte gehen. Guckt euch das wirklich, gebt es mal ein. Es gibt so viele Leute, die diesen ganzen militärischen Kram da aus den Quellen rauszutzeln und dann sehr schöne, animierte Schlachten da nachstellen. Okay. Gibt es auch einen Kanal, der macht so historische Schlachten, aber dann macht er auch manchmal Schlachten aus Fantasy-Romanen oder sowas. Wird so eingestreut. Herms Klamm. Wird so eingestreut. Ja, Herms Klamm habe ich gesehen. Dann auch diese oder jene Schlacht aus A Song of Ice and Fire, aber eben auch viel so antike Sachen. Das ist ganz schön und ich erinnere das halt auch aus Cäsars Gallischem Krieg. Dann wurden immer Legaten dahin geschickt und dann das. Und das ist halt wirklich, du musst dir das teilweise auch einfach aufmalen. Ja. Können wir hier jetzt schlecht machen. Guckt euch die Animationsfilme mal an. Wir packen mal ein paar in die Playlist. Und Adherbal verliert im offenen Feld in der Schlacht gegen Jogurta und zieht sich in die Hauptstadt Zirta zurück, wo er sich verschanzt. Und in Zirta hast du zu der Zeit auch schon eine relativ große Gruppe römischer Händler, kleine Adelige, Menschen, die sich in dieser Mittelmeerwirtschaft, du hast ja einen Wirtschaftsraum, die arbeiten sich da nach oben. Und die sind dann zum Beispiel da, die haben eine Handelsdependence oder die sind da aus irgendwelchen anderen Gründen. Also hattest du auch schon. Das ist ja immer einer unserer Themen, diese Mobilität. Das hatte aber wahrscheinlich Jogurta auf seiner Seite auch in seiner Hauptstadt wahrscheinlich rumhängen. Also schätzt man mal, wenn es da wirtschaftlich besser war. Ja. Ja, okay. Und die sind jetzt halt auch eingekesselt quasi von Jogurtas Truppen und die sagen, die wenden sich an den römischen Senat. So, hier, wir sind, das sind alles Bürger der römischen Republik und sagen, hier, könnt ihr da, könnt ihr da vielleicht. So ein paar Brieftauben über das Mittelmeer oder so. Ja, da werden, da schleichen sich halt so Booten durch die Belagerung durch und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen, diese Kommunikation, da sind viele Schiffe unterwegs und dann geht halt sozusagen der Boote aufs nächste Schiff und das braucht ja dann nur ein paar Tage. Ja. Rom ist relativ südlich in Italien, irgendwie Nordafrika, das sind alles nicht so riesige Strecken. Ja. Dementsprechend funktioniert Kommunikation da auch relativ zügig oder zumindest zügiger, als ich es mir immer vorstelle. Aber das ist mein Problem. Im römischen Senat aber sitzt ja noch nach wie vor der alte Adel, das alte Geld und die sehen sich von diesen Leuten, die da in Zirta mit Adherbal rumhängen, die nehmen die vielleicht jetzt nicht unbedingt als Landsleute, ja auch als Landsleute wahr, aber vielleicht auch als Konkurrenz. Das sind so Emporkömmlinge. Was wollen wir überhaupt mit denen? Was soll der Quatsch? Dementsprechend kann man sich da nicht so richtig durchringen, da jetzt was zu machen, zumal da halt auch reichlich Leute sitzen, die von Jugurta mit Geld, wie sagt man, am Fachjargon zugeschissen wurden und man ringt sich dann immerhin zu einem bösen Brief an Jugurta durch und denen, das interessiert er nicht. Ja. Ja, naja. Dann wird der Widerstand aber auch doch in Rom selber, das können wir mit den Leuten nicht machen, Adel hin, Adel her, das geht so nicht. Daraufhin schicken die Römer ihren besten Mann, ein verdientes Mitglied des Adels, Markus Skaurus, nach Numidien. Der soll mit Jugurta und Adherbal verhandeln, was da jetzt Sache ist. Wieder ein bisschen Frieden machen, damit die römischen Bürger da geschützt sind. Und Jugurta fängt Markus Skaurus ab und hält ihn so lange hin, verhandelt erstmal mit ihm und ja dann so, ja was mit dem Adherbal, ja ja, das machen wir, das machen wir dann noch, die sitzen da ja in der Stadt, die kommen ja nicht weg, der läuft ihnen schon nicht weg, ne, Herr Skaurus. Komm, trinken Sie mal einen hier, ich hab Ihnen was zu erzählen. Genau, und er erzählt und er erzählt und er erzählt und die sitzen da wohl so lange und laut Salust hat er ihn so lange hingehalten, bis die Versteidigung der Stadt zusammenbricht und Jugurta die Stadt einnehmen kann. Praktisch. Also er hat das ausgesessen. Ja. Und ja, das ist wie wenn ich mit meinen Kindern so lange über Bildschirmkonsum verhandle, bis es sowieso Schlafenszeit ist. Ja, jetzt sind wir schon halb neun, ja. Markus Skaurus reißt ab, nothing to see here, vielleicht hat er auch noch was mitgekriegt, so einen kleinen goldenen Handschlag, wissen wir nicht. Was wir wiederum wissen ist, dass Jugurta die Stadt einnimmt, dieses sichere Geleit für die Römer gibt es da nämlich nicht, nämlich Adherbal wird gefoltert und hingerichtet und dann werden alle Römer beziehungsweise Italiker gefoltert und hingerichtet und dann werden alle anderen Erwachsenen der Stadt hingerichtet. Krasse Tat. Ja. Er scheint jetzt aber erstmal unschlüssig, warum, aber vielleicht gut, war er halt seine Gegner. Das war der Kriegsgegner, der sollte weg. Jugurta ist jetzt am Ziel, er ist jetzt König von Numidien. Ja gut, hätte man ja denken können, dass die Römer da zumindest irgendwie ja auch nochmal seine Bekannten sein sollen, aber bitte. Ja, er hat ja halt da Leute in der Tasche und er dachte sich, ja komm, der Senat, der kümmert sich jetzt nicht viel um die paar Hanseln da, das sitzen wir irgendwie aus. Notfalls besteche ich einfach noch jemanden. Ja. So, langsam hat es aber in Rom auch der dümmste gerafft, es stinkt nach Korruption. Und Volkstribun Gaius Memmius wird die Spitze der Empörung über den Mord an den römischen Bürgern und der Senat kann das nicht lange oder nicht mehr lange unter den Teppich kehren. Also tatsächlich so ein bisschen wie der Volkstribun ist wirklich der, der die Stimmung der Straße so ein bisschen in den Senat trägt. Ja, sozusagen, ja. Und auf Druck des Plebs und ja auch einige anderen im Senat wird dann zähneknirschend in Rom ein Heer ausgehoben und 111 vor unserer Zeit wird Jugurta der Krieg erklärt. Achso und tatsächlich wegen der dann ermordeten Bürger Roms. Ja, da sind Römer zu Schaden gekommen, wie die das da intern machen, wer da jetzt König ist, solange halt die Beziehungen da laufen, ist das irgendwie okay, aber das ging jetzt halt nicht, das war jetzt halt zu viel. Ja. Und Jugurta bekommt auch mit, dass sich da Widerstand in Rom regt und er schickt seine, er hat selber auch Söhne schon und er schickt die nach Rom, um noch mehr Senatoren zu bestechen. Die werden aber irgendwie abgefangen und nach Hause geschickt. Also, ja. So, die Römer schicken ihren besten Mann, Konsul Lucius Calponius Bestia. Die haben aber viele beste Männer. Ja, das ist der Konsul, wechselt ja auch jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Ach, der Konsul höchstpersönlich kommt jetzt da. Der Konsul kommt jetzt höchstpersönlich, der setzt mit einem Heer über und er soll jetzt die aufmüpfigen Numidier in die Schranken weisen. War das nicht immer so? Die hatten immer zwei und der eine war für das Militär und der andere war für irgendwie den Rest der Verwaltung zuständig und dann hat es gewechselt und dann kamen die nächsten und irgendwie so. Genau, wir haben nämlich immer, häufiger haben wir nämlich hier mal einen Konsul, dann hast du einen in Rom und einen auf dem Krieg. Und Lucius Calponius Bestia, der hat noch einen Verbündeten und das ist der bisher neutrale König Bocchus von Mauretanien, also was weiter westlich, ein Königreich. Und Bocchus ist aber auch der Schwiegervater von Jugurta. Also sprich, Jugurta hat eine Tochter von Bocchus geheiratet. Jetzt aber Bocchus überlegt halt noch, bei so einer Geschichte, das Mittelmeer ist nicht so riesig genau. Abel macht hier gerade so eine Hands-off-Geste. Wir halten uns da mal lieber raus. Ich möchte jetzt nicht, wir wissen jetzt nicht, auf welche Seite wir uns da mal schlagen. Wollen wir erstmal gucken, wohin das Pendel ausschlägt, bevor wir uns beteiligen. Ganz genau. Und bevor es aber zu Kriegshandlungen kommen kann, also Jugurta sieht da, oh hier römisches Heer, ja er gibt sich sofort. Okay. Das ist sehr schnell. Ja, er gibt sich sofort und er handelt mit dem Konsul einen Deal aus. Sagt, ja tut uns leid mit dem Krieg, richtig doof. Er bekommt so ein ernstes Du-Du-Du aus Rom, bekommt seine Kriegselefanten weggenommen, die er sich später mittels Bestechung zurückholt. Und zahlt wahrscheinlich irgendwie Strafe. Ja, man schließt da einen Frieden, bei dem Jugurta aber erstaunlich gut wegkommt. Woran das liegt. Und ja, Lucius Calponius Bestia reißt dann irgendwann ab. Vielleicht ist das Schiff ein bisschen schwerer auf dem Rückweg. Wissen wir nicht, vermuten es aber. Und die römischen Senatoren denken sich, ach jetzt ist ja endlich gut, jetzt ist Frieden, der Jugurta hat da sein Königreich, wir haben ihm gesagt, wo es lang geht, aber nein. Also Gaius Memmius platzt der Kragen und die römische Bevölkerung findet das halt auch einfach nicht gut. Nee, du bist halt irgendwann, Volkstribun ist auch so ein Amt, wo danach du irgendwie auch nochmal gerne Konsul wirst. Cäsar? Wer? Ich habe gerade in meinem doch vorhandenen Bart gemurmelt, ob Cäsar nicht auch mal, oder wer alles so Volkstribun vorher war. Das weiß ich. Viele. Ja, war auch mal Volkstribun, ja. Und die Stimmung ist halt nach wie vor jetzt gegen den Senat, das könnt ihr so nicht machen, Freunde, das geht jetzt echt nicht so. Und Jugurta soll nach Rom einbestellt worden und sich da diesen Vorwürfen stellen. Und man hat jetzt halt auch wirklich einen handfesten Verdacht, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, die sind doch bestochen, die sind doch geschmiert alle. Richtig. Und tatsächlich, Jugurta bekommt freies Geleit, geht nach Rom und soll sich da den Vorwürfen stellen vor dem Senat, den er bestochen hat. Und er versucht dann auch noch vor Ort einfach wirklich weiter immer nochmal Leute zu bestechen und es wird einmal ruchbar und Jugurta wird dann aus der Stadt geschickt. Dem ist nicht zu helfen. Nee, die Römer kündigen jetzt auch den Frieden mit Jugurta auf und es ist jetzt halt auch schon irgendwie, aber sowohl kein Richter, da kein Henker. Also man weiß halt, ja irgendwie gibt es da so einen Sumpf aus Korruption, aber die Republik ist halt so eingerichtet, dass wir den schlecht wegkriegen. Drain the Swamp. Kommt später. Die Römer kündigen also den Frieden mit Jugurta auf und du weißt, was passiert. Jugurta sagt, ja okay, Friedensvertrag wieder machen, ich mache keinen Krieg gegen euch. Ja, die Römer schicken ihren besten Mann. Ah, zieh an. Und in diesem Falle ist das Spurius Postumius Albinus, der versagt im Kampf gegen Jugurta auf ganzer Linie. Achso, es gibt einen Kampf. Es gibt jetzt den römisch-numidischen militärischen Konflikt. Der versagt und macht sich dann aber relativ zügig wieder eventuell mit Bestechungsgeld in den Taschen erneut, macht er sich davon zurück nach Rom und übergibt das Kommando seinem Bruder und besten Mann, Aulus Postumius Albinus. Der, das setzt sich vor, der kassiert die bislang schlimmste römische Niederlage in diesem Krieg, folgt Jugurt das Heer in Richtung Sahara und kassiert ein richtiges L. Das heißt, die setzen da über mit ihren, also ich will jetzt gar nicht genau wieder die Pöppels da verschoben sehen, die du da in den Videos angekündigt hast, was hier ganz spannend ist, aber die setzen da schon über mit ihren Schiffen und haben dann so ein normales römisches Heer, wie man sich das so vorstellt und verlieren dann einfach wahrscheinlich, weil die sich mit den Gegenden da nicht so gut auskennen. Ja, ich glaube, du musst das, so wie wir es uns jetzt vorstellen, wir haben unsere Vorstellung glaube ich schon wirklich so sehr aus der Zeit, ein Jahrhundert später nach diesen Reformen, die sehen schon so ähnlich aus, der Speer wird dann irgendwann reformiert, aber ja, du hast also, stell dir das mal wie ein römisches Heer vor, ja. Taktiken sind ein bisschen anders und was aber halt auch passiert, die Numidier setzen sehr stark auf Kavallerie. Okay. Die Römer sind ja sehr infanterielastig und was halt auch passiert ist, die nutzen halt das Gelände zu ihrem Vorteil. Und ja, die, also Aulus Postumius Albinus kassiert ein riesiges L, die Hälfte der römischen Armee wird getötet. Krass. Die andere Hälfte wird irgendwie verdroschen und unterjocht und Aulus Postumius Albinus bekommt von Jugurta erneut einen Frieden diktiert. Da gibt es dann aber keine Bestechungsgelder mehr, sondern nur noch einen formlosen Tritt ins Gesäß und ab nach Rom. Das dürfte den, unseren Volkstribunen namens, habe ich vergessen, aber auch noch nicht freuen. Gaius Memmius, ja. Der ist seinem Namen, aber keine Ehre macht, der scheint nicht so eine Memmi zu sein. Das stimmt. Und in Rom ist man, ist man wieder völlig entsetzt und denkt gar nicht dran, diesen Frieden anzuerkennen. Und jetzt schicken sie wohl erstmals keinen. Ach, nicht ihren besten Mann. Doch, sie schicken ihren besten Mann. Nur in diesem Falle jemanden, der vielleicht nicht so bestechlich ist. Dann muss der schon sehr reich sein. Genau. Und Rom schickt seinen besten Mann Quintus Cecilius Metellus. Und dessen Second in Command, den wollte er eigentlich nicht mitnehmen, weil er so ein Typ ist, der ist nicht aus dem alten Adel, sondern eher so von den Homini Novi. Homines Novi? Oh, egal. Lucius Virenus. Der, nee, der bereits aus Hispanien bekannte Gaius Marius. Alles klar. Und wir sind jetzt im Jahr 109 vor unserer Zeit und an dieser Stelle machen wir für diese Woche mal einen Cut. Ach. Es bleibt spannend. Ja. Und jetzt ist nämlich die große Frage, wird sich Gaius Marius mit seinem alten Kumpel Joghurt da irgendwie connecten? Oder wird er seinem Chef folgen? Oder wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ihr wisst es nächste Woche. Ich weiß es schon vielleicht in 60 Minuten. Bestimmt. Wenn der Kuchen fertig ist. Wir gucken mal. Wir können jetzt überlegen, ob wir jetzt erstmal ein Stück Stachelbeerkuchen essen und gleich weiter aufnehmen. Oder ob wir jetzt durchziehen. Aber ich glaube. Schickt uns doch mal eine Mail an unsere Social Medias und dann könnt ihr sehen, ob ihr recht gehabt habt. Ich poste einfach mal ein Bild von dem Kuchen, wenn die Leute neidisch. Alles klar. Bis nächste Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit. Es geht spannend weiter im Jahr 109 vor Christus. Es gibt also noch eine nächste Woche und dann gibt es erst die Sommerpause. Ist das nicht toll? Ja, ich glaube, ich kann die Leute jetzt nicht auf so einen sechs Wochen Cliffhanger warten lassen. Es ist im Prinzip schon echt spannend, was jetzt passiert. Mit Joghurt, mit Marius, mit Numidien, mit Rom. Und ich frage mich ja die ganze Zeit, wann Joghurt sich endlich in so einen alten Dämon verwandelt, weil schon wieder bin ich da bei dieser Name, der ist, wenn er schon nicht auf Milchprodukte anschließt, hat das sowas. Kommt wieder der Lovecraft in dir durch. So ein bisschen, ja. Du hast ja irgendwie erwähnt, ja, ich denke oft an Cthulhu. Ich denke oft an Andre the Giant, habe ich ja irgendwann in einer Folge gesagt. So haben wir alle unsere Macken. Bis dahin, bleibt uns gewogen, genießt den Sommer und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.